So Leute, wir sind wieder da bei Mass Effect 2. Im letzten Part haben wir uns Grunt geholt, haben ihn direkt noch rausgeholt aus seiner Kapsel, haben mit dem Codex weitergemacht und damit machen wir jetzt auch das Allianzraum durch Technologie. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von Lebewesen über einen elektrischen Gehirnimpuls, dunkle Energie zu manipulieren und Masseneffektfelder zu erzeugen. Biotiker benötigen intensives Training und chirurgisch implantierte Verstärker, um praktisch nutzbare Masseneffektfelder zu erzeugen. Die relative Stärke der biotischen Fähigkeiten ist bei den Völkern und Individuen sehr unterschiedlich. Es gibt drei verschiedene Arten biotischer Kräfte. Bei der Telekinese können Objekte mit Hilfe massenverringernder Kräfte angehoben und bewegt werden. Mit Hilfe massenvergrößernder kinetischer Felder können Objekte fixiert und als Blockade eingesetzt werden. Und schließlich können Massenfelder mit Verzerrungskräften Objekte auseinanderreißen. Die meisten organischen Lebewesen sind in der Lage, biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist allerdings mit Risiken verbunden. Biotische Fähigkeiten werden geweckt, indem man Babys noch in der Gebärmutter Element Zero aussetzt. Meist führt das zu einer tödlichen Krebserkrankung. Aber in seltenen Fällen bilden sich im Nervensystem des Fötus dadurch neue Nervenknoten. Toll! Wenn elektrische Spannung an das seltene Element Zero, E-Zero, angelegt wird, strahlt es ein Feld mit dunkler Energie aus, das die Masse der Objekte im Wirkungsfeld vergrößert oder reduziert. Für diesen Masseneffekt gibt es zahllose Anwendungen. Von der Erzeugung künstlicher Schwerkraft bis zur Herstellung extrem belastbarer Baumaterialien. Die wichtigste Nutzung aber ist das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. E-Zero entsteht, wenn feste Materie, zum Beispiel ein Planet, dem Kraftfeld einer Supernova ausgesetzt wird. Deshalb findet man Element Zero häufig in den Trümmernebeln von Neutronensternen und Pulsaren. Aber der Abbau in diesen Gebieten ist riskant und bedingt den aufwendigen Einsatz von Robotern, Telepräsenztechnologien und Schutzschilden gegen die tödliche Strahlung der toten Sterne. Aus diesem Grund können nur sehr wenige Unternehmen die nötigen Kosten für den Abbau an diesen Primärquellen aufbringen. Die Menschen haben raffiniertes Element Zero in der proteanischen Station auf dem Mars entdeckt und konnten dadurch Masseneffektfelder und ÜLG-Antriebe entwickeln. Ja, aber auch schon, dass wir dazu mal ein bisschen was gelesen haben. Wird elektrische Spannung an Element Zero angelegt, vergrößert oder reduziert es die Masse eines Raumzeitvolumens? Durch positive Spannung wird die Masse vergrößert, durch negative reduziert. Je größer die Spannung, desto stärker der Masseneffekt der dunklen Energie. In der Raumfahrt werden mit Niedrigmassenfeldern ÜLG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert. Hochmassenenergiefelder erzeugen künstliche Schwerkraft und räumen zum Beispiel Trümmerfelder frei. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder extrem kompakte und maximal belastbare Baumaterialien. Das Militär macht sich den Effekt als Antriebstechnologie zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen Feindbeschuss. Siehe Biotik. Massenportale wurden von den Proteanern gebaut und sind allen anderen bis heute entwickelten Technologien überlegen. Die riesigen Strukturen sind über die ganze Galaxie verstreut und können massenfreie Korridore erzeugen. Sie ermöglichen damit ein zeitverlustfreies Reisen zwischen Zielorten, für die Raumschiffe mit konventionellem ÜLG-Antrieb Jahre bräuchten. Über Primärportale können Raumschiffe über tausende von Lichtjahren versetzt werden, auch von einem Spiralarmen einer Galaxie zum anderen. Sie bilden feststehende Direktverbindungen. Primärportale sind ausschließlich mit jeweils einem anderen Primärportal verbunden. Sekundärportale können Raumschiffe nur über hunderte von Lichtjahren versetzen, allerdings in verschiedene Richtungen und zu allen Zielen innerhalb der Reichweite. Es gibt eine große Anzahl Primärportale, deren Korrespondenzstationen noch nicht erforscht sind. Sie werden erst dann aktiviert, wenn das Zielgebiet bekannt ist. Die etablierten Zivilisationen sehen davon ab, Weltraumtore zu öffnen, solange das Risiko besteht, dass dahinter feindliche Spezies warten könnten. Das hat man zum Beispiel mit dem Rachni geschafft. Da hat man auch so ein Portal geöffnet und dahinter waren die Rachni, die dann angefangen haben, alles Platz zu beizen. Naja, man hat immer daraus gelernt. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus Mikrocomputer, Analyse-Sensor und Fertigungswerkzeug darstellen. Die vielseitigen und verlässlichen Universalwerkzeuge können die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, darunter auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysieren und beeinflussen. Mit dem Fabrikationsmodul lassen sich zum Beispiel dreidimensionale Objekte aus gewöhnlichen Plastik, Keramik oder Leichtmetallresten anfertigen. So können mitten im Kampfgeschehen Reparaturen und Modifikationen fast aller Standardgegenstände vorgenommen und aufgesammelte Ausrüstung neu verwendet werden. Universalwerkzeuge zählen bei Soldaten und Koloniepionieren zur Standardausrüstung. Kommen wir zum letzten Punkt. Medigel ist eine medizinische Heilsalbe, die von Ärzten, Rettungssanitätern und vom Militär eingesetzt wird. Es ist lokal an Ästhetikum, Desinfektionsmittel und Blutgerinnungsmittel in einem und daher vielseitig anwendbar. Nach dem Auftragen haftet das Gel so lange fest auf der betroffenen Stelle, bis es durch Ultraschall gelöst wird. Es hält die Wunde dicht gegen Flüssigkeiten, vor allem Blut sowie Erreger und Gase. Das Gel ist ein gentechnisch hergestelltes Plasma, das von dem auf der Erde heimischen medizinischen Megaunternehmen Sirta Foundation entwickelt wurde. Technisch gesehen verstößt Medigel gegen die Ratsgesetze zur Gentechnologie. Aber der Erfolg des Medikaments hat ein Verbot bis jetzt verhindert. Oh, sehr interessant. Die M160 basiert auf bereits existierenden Technologien und ist ein Schnellfeuer-Raketenwerfer mit Zielsuchprojektilen. Jedes Projektil verfügt über ein Freund-Feind-Erkennungssystem. Womit sichergestellt ist, dass ein feindliches Ziel getroffen wird, selbst wenn nicht präzise gezielt wurde. Die Waffe ist bestens geeignet, um in steten Scharfschützen und verschanzte Gegner auszuschalten. Deshalb ist sie auch bei Söldnern besonders beliebt, vor allem bei den Blue Suns. Raketenwerfer tauchen in den Terminus-Systemen immer häufiger auf, aber niemand weiß genau, wo sie hergestellt werden. Und wegen der Herstellungsrechte-Management-Technologie, HRM, sind sie legal auch nur schwer nachzubauen. Sehr schön, damit sind wir mit dem Primären soweit komplett durch. Jetzt haben wir noch die Sekundären vor uns. Es sind so einige, weil es so einiges gibt, was halt... Ja, weil wir müssen uns über Kostümi geredet wird, über DLCs und so weiter. Und die werden wir jetzt nach und nach auch anhauen. Erstmal nicht mehr, aber vielleicht zum nächsten Parts, mal sehen. Oh, die Frage ist ja, so was machen wir jetzt? Wir können unser letztes Team-Militrikotieren, das will ich aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich, weil wenn ich das immer mache, kommt glaube ich der Unbekannte, angeschissen zu mir, dann werden wir die nächste Zangsmission aufhängen. Und die werden ja ich noch ein bisschen schieben. DLC werden ja auch nicht anfangen, noch ein bisschen früh. Wir helfen Kasumi, warum nicht? Jetzt ein bisschen Schwer, die Mission. Aber scheiß doch drauf. Wir machen es doch gerne, abgesehen von welchem Sektor dann auch untersuchen. Bolzmann, alter. Der Holzmann, der Bolz, wieder. Äh, nicht witzig. Beckenstein. Wir werden immer besser. Wir werden immer besser, wie gesagt, wenn ihr es lesen möchtet. 43 Grad hochflächende Temperatur, vergiss es, wie viel zu bescheuert. Sie sind so beschissen. Näh. Aber ja, wie gesagt, wir können ja hier nur Kasumi mitnehmen. Insofern geben wir ihn noch einen Punkt auf die Meisterdiebin. Und wir haben hier nichts frei. Schade, ich hätte gerne noch einen in das auf KI-Hacken gepasst. Sie sehen toll aus, Miss Allison Gunn. Hock wird den Blick gar nicht mehr von Ihnen abwenden können. Allison Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-System. Genau solche Leute respektiert Hock. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht über das Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Tja, die ist ziemlich gut. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hock ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Ja, er ist eigentlich der perfekte Geschäftsmann. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken. Meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Warum dissen mich immer alle? Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hock gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren. Mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hocks Tresorraum. Irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keiji's Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. Keiji muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? Keiji's Greybox enthält viele unbezahlbare persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Was ist denn der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält Keijis Erinnerungen. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu... unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. Keiji hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Ich frage mich gerade selber, BioWare, musste wirklich die Kamerafahrt so zentriert auf Shepards Brüste sein? Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Nach Ihnen, Miss Gunn. Moment, bitte, Ma'am. Es scheint ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Mein Name ist Alison Gunn. Und ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sind in letzter Zeit sehr beschäftigt, wenn man dem Extranet Glauben schenken darf. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Hm. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Illium gekommen, nur um Ärger zu machen. Oder? Wie der Shield, ey. Sie dürfen passieren, Miss Gunn. Schließlich haben Sie eine Einladung. Aber Ihre Begleiterin muss sich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Siehst du ja auch total vertraunswürdig aus. Irgendeine Idee, warum er Sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann es ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Aber auch schön... Ach, Mann. Danke. Das ist ja auch so dämlich sind, an der Statue herauszufinden, dass da die Waffen sind. Nur, das kann man nicht scannen. Wir haben nicht bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen. Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und Bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte, dass er das Gesindel würde ihn ewig nicht sagen. Da geht's zu einem Sicherheitskontrollraum. Irgendwann müssen wir da vermutlich rein. Sehen wir uns den Tresorraum an, damit wir wissen, was wir tun müssen. Hm, okay. Zum Glück weiß ich ja, wo der ist. Der ist leicht versteckt. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück kann ich nur sagen. Pimp, ey. Fällt doch gar nicht auf, wenn ich hier runtergehe, ne? Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmenschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hock ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hocks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. KG würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Hey, beschneiden wir nicht auf, wenn wir den Strom einfach mal so abdrehen. Das sieht mal einer an. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle Ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Ja, wer verlegt sowas, der auch im, äh, auf dem Boden. Also im Boden oder an der Decke oder an der Wand oder sowas. Okay, wir sehen. Wer verlegt so eine Scheiße? Durch den Bilderrahmen, ey, ist klar. Damit müssen wir auch noch quatschen, nochmal gleich. Äh. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Tja, kannst du mir, das hat die Asari auch gar nicht gesehen, ne? Ja, die müssen wir uns ein bisschen vom, ich sag jetzt mal, von der Mühe her nicht ganz so gut. Obwohl die Idee sehr gut ist, will ich immer nichts zugeben. Ähm, na komm, quatschen mit ihm. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimpprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie so weit sind, geht's los. Wundervoll. Nach Ihnen. Miss Gunn. Schön, Sie zu sehen. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ähm. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen. Aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Gunn. Unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus Ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Miss Garn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Das war mal mega einfach, ey. Er hat doch jetzt von alleine gequatscht. Na ja gut, manche Probleme lassen sich eigentlich noch einfach lösen. Ach du Scheiße. Äh, hi. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Okay. Also schön. Nichts für ungut. Genießen Sie die Party. Privaträume. Da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten, DNS von Hawk zu finden. Lassen Sie mich die Tür zum Sicherheitskontrollraum für Sie öffnen. Erledigt. Bin bereit, wenn Sie es sind. Und die zweite Tür alleine hacken. So. Fällt auch nicht auf. Ich finde, waren safe. Hör aufs zu reporten, Kasumi. Das habe ich gerade auch gesehen. Äh, Nance? Ich habe das selbe Problem. Hier gibt es viel zu viele Passwörter. Da kennen sich keiner mehr aus. Passwort für heute Abend lautet Perugia. Uh. Und das ist nicht mal leicht zu merken. Tch, doch. Das ist aber kein Problem. Wenn ich nicht scannen kann, haben wir so eine Hawks, äh... Ja, klar. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. Ha. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe Ihre Funkanlage angezapft. Das können wir vielleicht noch brauchen. Und jetzt nehme ich Hawks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Haben wir echt einen Comic da gerade gesehen? Gott. Okay. Müssen wir nur noch sein DNS bekommen. Beziehungsweise, ja... Wie haben wir das so? Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Wirklich. Oh, bitte. Das ist doch bestenfalls Wunschdenken. Ha. Wie kamen wir... Ich weiß jetzt, wie kamen wir. Ich weiß nicht, wie man da mal reinkam. Aber ich frag mich sehr, wie man dahinter kamen. Wenn man da hinkommt. Eigentlich will ich jetzt nicht die Fail-Variante nehmen. Weil es ist irgendwie dämlich. Da ist ein Dach, der ich mir einfach so klauen kann. Wir können uns während der Party unmöglich reinschleichen. Alles ist hier wirklich abgeregelt. Die Sicherheitschefin Roe ist im Dienst. Sie wird das niemals zulassen. Okay. Chief Roe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Hm. Ich habe eine Idee. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Ja, fällt auch gar nicht auf. Wusste, dass ich das noch so machen kann. Aber ich hab's dann mal so gemacht. Ich mach's jetzt noch einmal so. Ganz lame. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Ich habe die Genehmigung von Chief Roe. Okay. Eine Sekunde. Chief Roe, Samuels. Haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels. Und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay. Sie können reingehen. Genießen Sie die Party. Hm. Auch ein bisschen lame. Aber okay. Hätten wir uns auch reinschleichen können? Ja, von hier aus. Ne? Ungefähr. Warum sind da drei Soldaten? Achso, die hätte ich dann quasi platt machen müssen, um hier reinzukommen. Das ist sehr interessant. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das auch geht. Beim letzten Mal nicht gefunden. Ja, dann mal ab mit seinem Privatgemächer. Wird bestimmt lustig sein. Schauen Sie nach allem, wo sich verlehrbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Ich muss gerade sagen, witzig sein, wenn der im Kosmos in die Ecke kützt. Oder so eine Frau irgendwo sitzt, wenn da irgendwas ist. Oder was sein könnte. Äh, auf der Couch. Aha. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Ja, ein Credit. Das ist nämlich gerade am B.O.B. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Wundervolle Idee. Die Pflanze, die wir da wohl kaum geguckt haben. Papiere. Hm. Keine DNS, aber... Hock hat anscheinend versucht, Cage's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Nehmen wir etwas. Datenpad? Äh... Okay. Wahrscheinlich finden wir Hock's DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Holografisches Terminal. Hier ist nicht zu finden. Oh, Samratiker Waffen. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Hautzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Hm. Safe. Er würde schon wagen, ihn auszurauben, nicht wahr? Habe ich mir diesmal die Musik ziemlich gefällt? Aschenbecher, ich weiß es ja nicht. Oh, ein Weinglas. Eine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. So. Das ist üblich immer wieder ein bisschen gestört, aber wir haben noch zwei Minuten. Insofern öffnen wir den Safe. Habe ich eigentlich irgendwie... Die Musik jetzt auch noch weg ist. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. Das war ja nicht das Problem. Ich wundere mich eher, dass es noch niemand gemerkt hat. Und naja, die Energie wieder in den Stand gesetzt hat. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Rock. Wow, wie einfach. Passwort erforderlich. Der Rotea. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Rock. Wow, wie billig. Muss man sich ja vorstellen. Man hat das quasi aus den einzelnen Buchstaben, also so in den Wörtern gesprochen hat, zusammengefixt. Das hat gereicht. Schwach, Alter. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Ah Äh, achso, die Waffen können wir auswählen. Na gut, da habe ich hier noch nicht so viel Auswahl. Äh, theoretisch haben wir eine Granatwerfer, aber es passt schon so weit. Nett. Das ist also Hox Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Aber das machen wir beim nächsten Part, würde ich sagen. Denn wir haben vielleicht erstmal genug gemacht. Ähm, ja, das nächste Part machen wir den Schatz hier und mal gucken, wie den Schatz wir noch machen. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.